Die Presse fällt von mir her. Das blonde Gespenst. Bestie. Was sie nicht alles schreiben. Sogar meine eigene Tochter will mich nicht mehr sehen. Er hat auch nur nie ein Leben. Wir machen doch genau das, was wir sie machen. Wie mache ich das Ding alles? Wie mache ich das Ding alles? Ich sitze.